Herzlich willkommen aus Spinges. Ich möchte euch Philipp vorstellen, unseren Bootcamp-Trainer. Ich begrüße den Sportvereinpräsidenten von Spinges in Ludwig. Wir haben uns wieder etwas spezielles überlegt und uns von Deutschland inspirieren lassen. Sascha Huber macht eine Liegestützen-Challenge, für die er Spenden sammelt für einen guten Zweck. Wir haben gesagt, wir machen das lokal, wir machen auch Liegestützen, sammeln auch Geld für einen guten Zweck und spenden das an Südtirol hilft, weil es auch bei uns in Südtirol bedürftige Leute gibt, die Hilfe brauchen. Mitmachen tut einmal das Team von Findl, das ist das Munder-Team. Das heißt, die Gruppe, die am Montag in Findl trainiert, die Gruppe, die am Mittwoch in Spinges trainiert und die Bootcamp-Gruppe, die am Donnerstag in Spinges trainiert. Wie viele rauskommen oder wie viele rauskommen, wissen wir noch nicht. Ich werde versuchen, das Team so gut wie möglich zu motivieren, um so viele Liegestützen wie möglich zu machen. Ich wünsche Ihnen allen Bootcamp viel Glück, toi 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 und GAS! Lass uns losgehen! Wir machen uns mal das Team, die wir sehen uns an. Wir machen uns nur noch nicht gut, dass wir uns über den Zweck und den Unterhalt. Ich wünsche Ihnen mal pH-S�asi. Wir machen uns aus gerne, einen truths zu machen. Wir machen uns mal nicht. Wir machen euch ein. Wir machen uns auf 1-2-3-4-4-4-4-4-3-5-6-4-8-6-4-5-3-3-2. Das sind die Spenden, was wir durch die Liegestütz-Challenge zusammengebracht haben. Wir wissen nicht, wie viel, aber das kriegt alles. Südtirol hilft, wir spenden es alles für einen guten Zweck. Wir wissen zwar nicht, wie viel drinnen ist, wir wissen aber, wie viel wir Liegestütz gemacht haben. Heute blende ich irgendwo da im Video hin. Danke Ihnen alle für die Motivation, danke fürs Mitmachen und vor allem fürs Spenden. Wir möchten auf dem Weg noch vier andere Sportvereine und Gruppen motivieren, dass sie mitmachen bei der Challenge und auch was kurz zu tun. Wir sind auch noch einmal in ASV Schaps. Da ist vieles Fußball, wo es gute Fußballmannschaften sind. Sie sollten sagen, dass sie auch Liegestütze machen können. Dann möchten wir Karate Müllbach nominieren und gleichzeitig auch die Skifahrer von Fintl. Habt Spaß, geht's was kurz. Freue Weihnachten und schöne Zeit. Freue Weihnachten. Danke Ihnen alle. Danke Ihnen alle.